Sehr gut. Okay. Ich musste gerade noch schnell die Tabelle aufmachen. Das habe ich vielleicht schon vergessen. So, jetzt habe ich ungefähr so alles im Blick. Ich kann mir die noch ein bisschen anders markieren. Ich hatte mir die ja in Süden und Norden oder so aufgeteilt. Oder zumindest in die zwei Gebiete für mich. Ich weiß noch nicht so richtig, wie ich die aufteilen will. Ehrlich gesagt. So, aber ich habe schon mal das Ding reingepackt. Ins Spiel. Damit ich immer hier nachgucken kann. Ich meine, es ist jetzt ein bisschen hell, finde ich. Aber es ist halt der Wüstenboden gewesen. Ist halt so. Kann ich hier eigentlich... Ich glaube, ich kann da was draufsetzen. Je nachdem so. Ich könnte eigentlich mal so ein Böbel da draufpacken. Gibt doch bestimmt irgendwas in die Richtung. Ein Böbel. Ich weiß ehrlich gesagt, nicht, wonach ich da suchen würde. Vielleicht einfach so was hier. Bestimmt irgendwo so ein Blob oder so. Äh. Du bist auch nicht mit einem A-Groß. Aber das konnte ich doch... Könnte ich dich nicht irgendwie... Wählen konnte ich dich nicht mehr. Transform, Reset, nein. Der Weg damit. Schade. So. Brown Shapes. Klein bist du. Oder... Sind die alle so groß? Nee. Okay, das war auch der Größte in der Moment. Ich würde eigentlich nur so einen kleinen roten Dot dahin machen. Alles zu groß. Flat Shapes. Flat Shapes. Im Endeffekt das Gleiche. Schienen guten Morgen. Das Special Effects passt da jetzt auch nicht so rein. Das ist vielleicht... Das ist bestimmt irgendwo so ein... So ein Böbel. Ich weiß leider nicht mehr, was ich für das andere benutzt habe. Bestimmt irgendwo so eine... So eine Rohrkappe oder sowas. Äh. Das ist ein bisschen zu groß. Hm. Aber noch ein bisschen groß. Wahrscheinlich auch. Ja. Es ist... Das ist aber... Das ist ein richtiger Plan. Guck dir das an. Rechtes Süden. Und links ist Norden. Offensichtlich. Die... Die orangen Dinger sind Gehege. Äh. Die lila Dinger sind Strecken für eine Bahn. Irgendwelche Bahnen. Also das eine ist hier oben eine Gefährtbahn und... Also eine Gefährtbahn. Eine Gehegebahn. Das wollte ich sagen. Und die anderen sind halt einfach zum... Zum Leute rumtransportieren. Rosa ist hier, ähm... So, so... Kleine Zentren. Sag ich jetzt mal. So kleine Hubs. Mit Essen und Trinken. Die habe ich hier zum Beispiel eher so zentral gesetzt. Jeweils in die Ringe. Und die Grünen. Wenn man das als Grün erkennt. Äh. Sind die Wege. Für die... Für die Leute. Gucken. Achso. Und das... Das M2 ist jeweils zum... Zum Mischen. Da wollte ich Mischgehege reinmachen. Und die E sind Exhibitions. Ich glaube, das ist erstmal so... Ja. Achso. Und die lila Kreise sind Bahnhöfe. Außer der in der Mitte. Den habe ich natürlich nicht rund gemacht. Naja. Kontinuität ist jetzt nicht so mein Ding. Äh. Ne. Das ist mir auch zu groß. Oh, dann habe ich dann gar keine DLCs? Oder nur die? Da habe ich gar keine drin. Doch. Doch, ich habe die... Doch, die, die ich habe bis drin. Ist gut. Kann ich die nämlich rausschmeißen, die ich nicht habe? Da ist kein Loppen dabei. Da ist auch zu groß. Schöße. Äh. Ähm. Ich habe eine neue gemacht. Wir haben aber beim letzten Mal gesehen, wie gut das lief. Mit dem... Mit dem Erweitern. Machen wir lieber Pro. Progebiet eine neue Karte. Das ist... Ich glaube, das ist besser. Also nicht nur fürs Managen, weil man sonst wieder in den ganzen alten Gebieten hängt, aber auch für die... Für den PC. Man hat auch einen PC. Warte mal. Warte mal. Ich könnte einfach nach Cap suchen. Kann ich dich einfärben? Nice. So. Das ist doch ein perfekter You are here, Punkt. Sehr schön. Okay. Ich habe die zwei schon mal hier so reingesetzt. Wir haben noch keine Customers oder sowas, aber das soll mal egal sein. Ich hatte schon mal hier mitten... Was heißt mitten rein? Aber ich mochte das Ding hier nicht. Also habe ich mir einen eigenen hier hingesetzt. Und... Ja, zwei Klos. Weil es gibt ja diese zwei Packs. Also zwei verschiedenen Afrika-Packs. Irgendwie Nordafrika und Südafrika. Und so habe ich sie dann letztendlich auch aufgeteilt. auch so von der Herkunft der Tiere. Ich hatte die ja alle in eine Tabelle gepackt. Da habe ich sie mir mal so ein bisschen sortiert, könnte man sagen. Ich habe sie mir markiert einfach. Sortiert ist nicht das richtige Wort. Und dann habe ich mir meinen kleinen Stand hier einmal aufgebaut. Und da gucken wir jetzt mal, wie ich weitergehe. Okay, ich wollte halt so in die zwei Richtungen hier, ne? Ich dachte mir, ich fange mit Süd an vielleicht. Ich weiß auch noch gar nicht. Haben wir zwei verschiedene Züge? Also was für Züge hatten wir überhaupt? Wir hatten... Die finde ich ganz cool. Haben wir irgendwo Zebras? Wir haben bestimmt irgendwo Zebras. Wo habe ich denn die? Das wird sehr groß. Sehr, sehr groß. Zebras sind im Süden. Das heißt, wir können die Zebrabahn in den Süden packen. Das passt vielleicht ganz gut. Wie sieht die aus? Die sieht ein bisschen zu futuristisch aus. Ich habe überlegt, vielleicht das Safari-Ding dann in den Norden. Da haben wir auch Elefanten und Büffel oder sowas. Aber wir können theoretisch auch beide machen. Weil ich habe ja mehrere Bahnen hier. Ich dachte mir eigentlich, ich fange vielleicht mit der Bahn an, aber ich glaube, das ist auch nicht so der beste Weg. Weil ich hatte hier unten direkt schon einen Bahnhof hingepackt. Weiß ich nicht. Ich weiß ja, ob das die beste Idee ist. Okay, wir können ja schon mal, ich habe die versucht, so immer in Packs zu machen. Hier habe ich sie wirklich eingekreist und hier habe ich sie einfach nur so locker. Also, warte mal, ich mache mal gerade meine. Oh, hier ist das, glaube ich. Capture Curse, ja. Da sieht man. Ja, jetzt sieht man meine Maus. Hier ist auch nicht gut, aber man sieht sie. Ich habe hier jeweils die Ecken und die Mitte so als einen Bereich gesehen. Das heißt, man könnte ja schon mal so grob einen Bereich einplanen. Also, welches Tier schmeiße ich da rein, dann kann man das schon mal so ein bisschen in die Richtung richtig eingeplant nicht. Aber die kann man ja an sich so mitplanen. So ins Detail wollte ich da gar nicht gehen, einfach nur so einen groben Plan machen. Theoretisch kann man die durchaus noch damit noch mit reinpacken. Es kommt halt immer darauf an, wo das so ist. Sollte ja auch nicht zu viel sein, weil ich glaube, so viele krasse Wasserflächen hat Afrika gar nicht. Aber ich war auch noch nicht in Afrika. Ich habe keine Ahnung. Also hier so bei den, ich nenne sie mal Oasen, hätte ich es mir schon einplanen können. Also könnte ich, könnte ich mir gut vorstellen. Aber jetzt irgendwo so hier in der Ecke vielleicht nicht unbedingt. Ich meine, das kommt natürlich auch immer darauf an, was für, für, ja, aber so flächenmäßig auf Afrika gesehen ist der Nil jetzt, der ist zwar groß, aber da ist schon sehr viel Landmasse. Also es ist jetzt nicht so, als hättest du irgendwelche Riesenseen oder sowas. Ich meine, vielleicht kann man ja irgendwie einfach so einen dicken Fluss so einmal quer durch den Zoo packen. Ich weiß nicht, wie schwer das dann wird, da drum rumzubauen, ehrlich gesagt. Hm. Müsste mal mal gucken. Ich meine, hier habe ich auf jeden Fall relativ viel Platz auch in der Mitte, weil ich da nicht so viel Bahn habe. Da wäre es vielleicht ein bisschen sinnvoller als hier. Da wird es, glaube ich, schwierig, weil ich dann immer die Bahn hoch und runter machen muss. oder den Fluss tiefer, aber das sieht ja auch kacke aus, wenn der Fluss sich der Bahn anpasst. Okay, aber erst mal suche ich mir jetzt fünf Tiere raus. Können ja mal, mal gucken hier, wir haben ganz viel Zeug. Ich will jetzt möglichst das ein bisschen mixen. Also ich hatte jetzt hier zum Beispiel Hippo, Hippo. Eher nicht. Hyena, Rhinoceros. Warte mal, das sind verdammt. Eins, zwei, drei. Drei, vier. Ich habe vielleicht was übersehen. Scheiße. Drei, vier. Fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn. Sag mal, kann ich zählen oder nicht? Wahrscheinlich eher nicht. Ich muss gerade mit meiner Tabelle mal ein bisschen ein Wörtchen reden. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, dreizehn Habitate und eine Exhibition. Und hier habe ich zwei, vier, sechs, acht, zehn, zwölf, vierzehn, sechzehn Habitate und drei Exhibition. Was habe ich denn da gemacht? So, das Hippo, komm doch mal in das andere rein. Ich habe es nicht so mit dem Zählen, okay? Scheiße. Zwei, vier, fünf, zwei, vier, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn Habitate. Exhibition, das ist zu viel. Ivory Coast, das ist noch Norden, hier. So, jetzt muss das aber passen. Ah, okay. Ich glaube, ich glaube, ich habe es. Weil ich habe so, ich habe mir ja eine Tabelle gemacht, mit welcher Kontinent das ist und wo die ungefähr sind in dem Bereich. Und ich habe sehr viele im Süden, Madagaskar ist ja auch im Süden und sonst halt relativ viel auch im Norden. Wobei, bei vielen weiß ich gar nicht, ob das, ob das überhaupt im Norden war. Ich glaube nicht. Ignorieren wir einfach mal. Aber so habe ich versucht, sie zu, zu, zu Dingsen, zu sortieren. Das heißt, wir brauchen jetzt einfach mal, ich könnte theoretisch einfach von oben anfangen oder von unten an. Ich glaube, ich fange unten an. Dann machen wir unten das Pinkby-Hippo. Das habe ich aber, warte mal, ich habe zwei Exhibitions. Ich habe zwei Exhibitions. Ich habe nur eine eingeplant. Dann machen wir. Mein Problem ist halt, dass das echt groß ist. Es ist halt einfach echt groß. Dann machen wir vielleicht hier unten die zwei zusammen. Wie konnte ich die nochmal duplizieren? So, ne? So. Hier. Bam. Das gehört jetzt zusammen. Der Punkt erklärt, glaube ich, alles. Weil ich hatte nur eine Exhibition eingeplant und jetzt habe ich halt zwei. Ist blöd. Beim anderen passt jetzt wieder. Ich glaube, ich hatte auch so sehr irgendwas dick gemacht, als ich nicht wollte. Das heißt, ich packe dann hier einfach auch einfach zwei so nebeneinander. mit Spassen. Ich meine, ich habe hier Platz, ne? So. Dann einmal Pick-Me-Hippo. Ich mache mir die mal gelb. Nummer eins. Ich brauche fünf. Dann immer noch... Nee, ich brauche vier. Vier. Die Thompson-Gazelle. Die Hyäne. Und das südliche weiße Rhinosauce. Vier. Vier. Sehr gut. Sehr gut. Ich kann mir theoretisch schon mal... Kann ich noch nicht kaufen? Doch, kaufen kann ich? Kann ich nicht schon kaufen? Ich habe noch gar kein Ding, ne? Okay. Es ist so lange her. Ich bin gerade erst mal am überlegen, was mache ich jetzt am sinnvollsten. Ich könnte mir erst mal überlegen, wo mein Mitarbeitergehege quasi hinkommt. Wenn ich überlege, dass ich außenrum die Bahn mache, dann muss ich das ja irgendwie nach innen packen. Und am sinnvollsten wäre es ja, wenn ich hier vielleicht so einen kleinen Zipfel mache, weil der ist halt von den Vieren hier am ehesten in der Mitte, dass ich quasi so einen Zipfel hin mache für meine Mitarbeiter. dass das quasi so eine Art, wenn man sich den Weg anschaut, so eine Art Piston-Stop ist, dass die da quasi so durchlaufen können. Aber die anderen halt nicht. Aber das wäre halt auch erst da hinten. Aber ich kann ja schon mal theoretisch einfach die Gehege bauen. So die vier. Ganz grob. So gut. So. So. Fuck. Das passt nicht so richtig. Also ich will es ja schon so ein bisschen so. Gold Path eher nicht. Bamboo. Bamboo ist jetzt auch nicht so richtig. Also ich glaube, so schon so sowas hier. Ah ja. Besser. Ich habe die ganzen Tasten nicht mehr drauf. Das ist unfassbar. Das ist alles weg. So, wir machen vielleicht einfach so den hier. Okay. Schritt Nummer eins. So eine Rechtskurve. Weil ich dann direkt hier rechts. Hier mache ich noch eine Wand hin. also ich will schon, dass die in den Zoo reingehen, um das jeweilige Gebiet zu zu sehen. Dann werde ich hier auf jeden Fall eine Wand hinmachen. So. Okay. Lassen wir es mal. Ich probiere, ich muss die Kamera wechseln. So. Ähm. Dann könnte ich das erste unten rechts machen. Irgendwas Längliches, ne? Ich meine, ich muss ja nicht exakt so so wurstig aussehen, wie ich es da gemalt habe. Aber ich will es auf jeden Fall nicht so eckig haben. Gucken wir mal. Vielleicht mache ich auch einfach erst die erst die Wand. Äh. So. Gehen wir aus der Gruppe raus. Theoretisch auch von der anderen Seite machen können, ha? Naja. Die Frage, komme ich da um die Ecke rum? Das ist doch matt, ne? Mut. Ja. Nee. Schade. Kann ich hier einfach so ein... Der kann sich nur auf die Ecke setzen? Das ist ja blöd. Das ist ja lov. Ich hatte gehofft, ich kann den irgendwie mitten reinsetzen, aber nö. Nö. Der nicht. Machen wir doch so. Jetzt ist die Frage, ob ich... Was? Wieso ist denn das... Wann habe ich auch... Das Ding ist, ich darf nicht zu viel Leer, dass die hier drücken und die weiterlaufen lassen, sonst sind die, glaube ich, alle sehr schnell sehr unglücklich, weil ich noch kein Dings für die gebaut habe. Ich habe noch kein Dings für die gebaut. Verdammt. Wo packe ich das denn? Ich meine, die können ja nicht einfach ins Gehege mit reinlaufen. Vielleicht machen wir denen nochmal einen separaten Gang. Vielleicht hier so rein. Warte mal. So. Machen wir mal so. Oh, das wird schon keiner sehen. Der guckt gerne hin, dann machen wir eine Blume hin. Passt. Ich finde die Seite halt echt schöner als so die hier. Rein architektonisch, das gefällt mir irgendwie nicht so. Aber gut. Und hier würde ich dann einen Mitarbeiterpfaden machen. schon Minimum, ne? Also ist die Tür eigentlich so eng. Naja. Okay, dann können wir eigentlich direkt hier um die Ecke und schon stoppen. Ich meine, was brauchen die? Die brauchen oder was fällt das noch gleich? Die Facilities und es ist da Facilities, ja. Äh, äh, nicht Blueprints? Nee, Filter. Afrika? Nein. Südafrika. Südamerika. Nordafrika. Oh Gott. Ich dachte gerade, ich habe die Dinger vertauscht. Ist gut. Nichts passiert. Noch nicht. Wir haben, äh, Keypart brauchen wir nicht. Das ist jetzt wirklich nur für die Leute, die jetzt hier am Eingang sitzen. Also es muss jetzt wirklich nicht groß sein. Quarantäne brauche ich nicht. Resource Center brauche ich sowieso nicht mehr. Starfum. Starfum Small. So würde eigentlich reichen. Ups, nein. Nee. Irgendwann so einfach. Na gut. Trade Center und New Workshop. Die brauche ich eigentlich gar nicht. Für Zöldry brauche ich jetzt auch nicht. Das ist ja, im Endeffekt ist es wirklich nur das Starf Center, wo so kurz hinlaufen können. Wenn sie hier, wie viel Platz hat das? Ja. Ne? Das sind im Endeffekt die zwei Leute und vielleicht noch einen so einen Saubermacht-Typi für die Klos. Und das soll mir dann auch reichen. Warte mal, ich kann auch... Wir hatten doch hier diese... Workzones, da. New Workzones. Das da. Hier, komm. So. Den Eingang vielleicht auch noch. Keine Ahnung. Und Security vielleicht. Das ist ja auch nur am... No Pass. Das war... Warte mal. Ich muss es umbeschreiben. Entrance. Okay. Entrance. Das war, glaube ich, dieses Feature, das dann Weg ist, obwohl da kein Weg ist. Irgendwie sowas. Also quasi, wo man so einen Waldpfad oder sowas machen könnte. I see. Das könnte ich mal testen, ja. Ich würde es aber, glaube ich, eher so ein bisschen hier und da nutzen. Also den Hauptpfad würde ich, glaube ich, echt so lassen. Vielleicht sollte ich den breiter machen. Fällt mir gerade auf. Nein, verdammt. Das war ja zu viel. Okay. Ähm. Ich würde definitiv breiter werden. Na gut. Es ist auch nicht so die beste Idee, direkt am Anfang so schmal zu sein, ne? Warte mal. Äh. Ja, es gab so einiges. Also auch dieses Diorama hatte ich, glaube ich, gelesen. Aber ich weiß nicht, ob... Das ist, glaube ich, eher so wirklich zum Kreativ-Ausleben. So. Wir machen lieber zwei Breiten hier. Ja. Breit. Nein! Warum? Was? Wieso hast du das jetzt da hinten weggenommen? Was zur Hölle? Ich bin hier vorne. Wieso nimmt er mir... Oh, fuck. Allein, too great. Das sieht der gerade als eins, oder was? Das ist ja doof. Dann muss ich das Ding wieder wegmachen, ne? Blöd. Ach, mal wohnen. Warum geht das nicht? Das ist ja ein Traum hier, Mensch. Muss ich vielleicht von denen ausgehen, ha? Liquid. Oh, wunderschön. Okay. Das sieht schon mal besser aus. So. Oh, kommt das auch nochmal weg? Die Wege von Planet Zoo sind unergründlich. Ganz ehrlich. Das zum Beispiel geht wieder nicht. Warum geht das nicht? Oh. Wenn ich mach das trotzdem, dann kann man vielleicht da nochmal irgendwie so eine kleine Sitzgelegenheit oder sowas hinmachen. Auf der anderen Seite natürlich auch. Nur reden wir einfach mal, dass das Schild jetzt gerade da steht. Aber schon in Ordnung. Okay. Dann deselecten wir das Grid. Mal ein bisschen breiter. Und freuen uns, dass das richtig gut aussieht. Freuen mich einfach richtig gerade. Ich glaube, ich glaube, diese Körper ist schon in Ordnung. Mark the terrain. Machen wir das mal so. Vielleicht. Es ist wunderschön. Blume drauf, Stein drauf. Sieht keiner. So. Machen wir das nochmal kurz hier. Anderen. Ja. Ja. Okay. Wollte eigentlich einen schönen Weg. Ah ja. Scheiß drauf. Kriegen keinen schönen Weg. Ich meine, ist auch irgendwie ein Problem ist jetzt gerade, dass ich hier so einen winzigen Eingang habe. Ich glaube, das wird mir noch irgendwann den Arsch beißen. Line to Grid, bitte. Line to Grid. Wieso hat denn das jetzt schon wieder kein Grid? Hier. Hier kann ich Grid angeben, aber hier nicht mehr. Da hört es dann auf. Sehr gut. Ich fürchte, ich werde an den Ecken hier vielleicht hinten nochmal, dass ich quasi zwei zwei Eingänge habe, dass ich dann vielleicht hier nochmal durchgehe oder so. Pff. Bin ich so, nicht so der Fan davon, aber gut. Ich glaube, das wird ein bisschen schwierig hier, ein bisschen eng. Ich glaube, hier werden relativ viele Leute dann reinkommen, dadurch, dass das aktuell der einzige Eingang ist. Naja. Pardo wollte gucken, wo ging denn das mit dem Neupfad? Die Frage mit dem Coupas. Stoff. Tunneling. Ich bin jetzt hier auch nicht so als normalen Weg, ne? Aber ich kann jetzt auch, ich kann ja den Weg auch nicht einfach anwählen. Ich kann ja nur weitermachen. Hallo? Der Weg? I don't know. Aber ich habe ja noch mehr als genug Tage, um das rauszufinden. Ich kann ja zwischendurch mal googeln. Okay, das heißt, wir haben wir haben ein Climbing Enabled. Was? Die sollen nicht da draufklettern, die sollen da reingehen und Pause machen. Aber gut. Das sieht schon cool aus. Bist nett. Okay. Habe ich gesagt, ein Pikmihepo, ne? Schon mal kurz gucken. Äh, Pikmihepo. Du bist super süß. Mal gucken. Hier. Wie viele müssen das denn? Loopsize 2 bis 4. Ein Male und drei Females. Machen wir mal. Machen wir mal. Machen wir mal. Mal ruhig. Drei. One male, two female. Okay. Die sind halt echt pflegeleicht. so. Ich dachte, die werden irgendwie. Naja. So. Ähm. Jeweils. Komm mal ran, Zettel. Mein fliegende Gehirn kann sich das nicht merken. 30. Weg. Und Wasser. Okay. ist ja eine option für wege in den optionen warte mal ich speichere gerade weil wieso nicht weißt du wo da vielleicht untergeben achso wenn ich den Weg baue oder anklicke ach da Körper und Ground Path ja okay gilt aber für alle und das heißt dann wenn das aktiv ist aber dann habe ich ja schon den Weg oder ist das gedacht als da ist ein Weg aber da geht keiner lang weil dann verstehe ich das Feature nicht ich dachte halt eigentlich dass ich da irgendwie quasi einen Weg habe wie das wie das Nullgitter bei den Gehegen wenn ich sage okay hier ist ein Nullgitter dann sieht man das ja nicht aber die denken das ist ein Gitter deshalb verstehe ich das gerade nicht so ganz wie das funktionieren soll damit die Holzpflöcke weg sind aber das ist ja angedingt die sind ja trotzdem da oh jetzt verstehe ich oh nice die Kerbs sind ja die die Dinger das das sieht jetzt hier nicht mehr so natürlich aus so gut jetzt ups komplett Sand ja sehr natürlich wenn ich das Körper jetzt wieder an mache ist das dann anders ne der macht das auch voll war das vielleicht irgendwo aber es war doch eben dünner oder nicht aber warte mal ich kann ja theoretisch scheinbar sagen ich mache das so dann lasse ich das so und ich kann das ja nachträglich noch mal ähm hier tyrannisieren ja ne ich kann ja ich kann ja Gras drüber wachsen lassen quasi aber muss ich ja mal sehen wie ich das wie ich das aussehen lassen möchte wahrscheinlich eher so ein bisschen äh von dem hier so ein bisschen nur ein bisschen ein bisschen rocky ein bisschen Erde und ein bisschen Sand oder so genau genau ich glaube das ist schon ganz gut wie ist das da das ist doch schon wieder irgendwie was denn da passiert ah okay ja cool finde ich gut sieht glaube ich schon aus wie ein Weg okay warte mal Pikmi Hippos genau ich fange jetzt ich mache das jetzt so ich mache die vier Gehege hier unten in der Ecke und versuche so ein bisschen den Weg drumrum zu schlängeln schon mal und packe dann hier oben meinen meine Mitarbeiter hin und dann gucke ich wie der Rest auch sieht okay so ich hatte doch oh Gott bitte sag mir das ist noch da ähm Blueprints es ist noch da ein Träumchen nice so wie viel war das 250 Quadratmeter zwei davon und dann ist das schon das Gehege gewesen und ich habe mich darauf vorbereitet irgendwie so richtig dass das richtig groß wird nee wir können ich habe eine Idee warte mal wir können ja gerade einfach mal nur die Quadrate setzen um zu gucken okay wie groß wird das denn äh dann hatten wir jetzt noch was hatte ich da noch äh Thompson Gazelle die brauchen drei machen wir fünf oder so ne fünf sechs fünf 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 schon mal ein bisschen mehr das sind drei stück krass so duplizieren ja wo setze ich die denn hin ich habe ja was ist langsam äh ich könnte hier was großes machen oder hier hinten hin das ist die Frage ich könnte das theoretisch schwebst du jetzt gerade oder nicht so ne schwebt nicht dann wäre das jetzt hier vielleicht so das wären dann die zellen die jene und rino ich glaube die rhinos sind recht groß da könnte man theoretisch ja den weg drüber machen natürlich hier nichts genau 1275 nice endlich mal was großes das kann man glaube ich ganz gut dann in die mitte setzen so 1 bis 5 dann machen wir noch einfach 3 gib mir 3 wow 2,3,2,5 das ist schon was größer was war das andere ähm jene nina yes oh die ist auch oh nein so wir spielen nochmal 3 draus 3 perfekt 1,1,3,4,6 so dann könnte ich vielleicht eher hier die die ähm ne die kleinen machen die äh gazellen dann kann ich hier zwei große Gehege machen die Frage vielleicht ist auch sinnvoller hier das große Gehege zu machen dass quasi die kleinen Gehege da sind wo nicht so viel Weg für die Mitarbeiter für die Mitarbeiter für die Zuschauer ist dass ne da genug gesehen wird weil wenn das so ein riesiges Gehege ist und das ist ja auf der Ecke dann können die sich ja auch hier hinten aufhalten und man sieht nichts mehr das wäre vielleicht dann gar nicht so schlecht wenn ich sage ich mach das unten hin und so so ist der Gedankengang mh dann haben wir vielleicht doch einfach die zwei hier dann ist das kleine hier naja muss ich mir den Kopf rechnen weil ich das so gut kann mh so wir waren jetzt bei ungefähr 500 1000 und das muss reichen und das wird auf jeden Fall reichen sobald ich ein bisschen breiter gehe ist ja schon kann ich wahrscheinlich sogar das weg machen ich weiß wie meine Gehege bisher aussahen deshalb lasse ich das jetzt einfach mal so ok dann haben wir 2325 500 1000 2500 2000 so können wir drum rumbauen sehr schön geht das hier so lange hier ist ja auch noch mein Piston Stop das heißt ich muss da sowieso ein bisschen mehr Platz lassen dann komme ich hier lang hier sind die Ippos das sind die Hyänen das sind die Rhinos und jetzt brauche ich aber nochmal ein kleines Gehege für die Gezelten die sind dann die sind dann hier so und der Plan sagt als nächstes kommt dann da die diese kleine Oase hier hin das kann ich ja auch mal gerade irgendwie vielleicht mit langem Gras langes Gras fällt immer so ein bisschen auf das ist ganz gut ein bisschen größer bitte Hallo ich würde gerne malen damit das geht ähm ja ich hatte hier oben so eine so ein Safari durch mehrere Gehege geplant dieses das lila ne das wäre zumindest so eine Safari Fahrradtour so eine Vehikeltour mit Auto ähm was ich auch was ich Löwen das ich meine muss ich ja eigentlich irgendwo Löwen drin haben oder Schnecke nicht ganz Löwen habe ich keine Löwen hier drin Tiger Leopard das ist auch woanders Muppen Lion West African Lion Wieso habe ich denn da nochmal oh ich muss mal gerade ich muss mal gerade sortieren ich habe nicht gut geplant möchte ich mal fuck ich habe vielleicht noch ein bisschen was vergessen vielleicht fehlen hier noch zwei vier sechs sieben acht Tiere die ich vergessen habe jetzt geht mein Plan nicht mehr auf ist das Problem wobei doch jetzt kann ich den Punkt wieder weg machen dann was was das wenn was das wenn wieder Kamera mach das nicht ich weiß nicht warum aber ich hatte noch ein paar Afrika Tiere weiter unten ich habe nur Afrika 30 Tiere wieso habe ich bei Afrika nur 30 Tiere obwohl das mehr waren sind wir die irgendwie schon mal das waren Lemuren Erdferkel ein Gorilla ne Gorilla hat man definitiv noch nirgendwo das wüsste ich aber fuck das Problem ist ich bin nicht gut und frei nach Schnauze bauen das sieht dann immer ganz schlimm aus wenn ich das mache das Problem ist halt das Normalbauen ist das eine mein Problem ist dass ich bisher immer das Gefühl hatte dass meine Planung von Bahnverbindungen dadurch extrem gelitten haben weil wenn ich jetzt versuche erstmal zu bauen und dann irgendwie eine sinnvolle Bahnverbindung zu machen damit die halt irgendwie auch gut durch den Zoo kommen also ich meine die benutzen das jetzt nicht so sinnvoll wie es vielleicht gut wäre aber wenn ich jetzt hier unten den einzigen Eingang habe dann wird dieses Tier hier hinten wahrscheinlich nie gesehen wenn die keine Bahn haben das ist so mein Problem oder meine Befürchtung Scheiße so ein Scheiß wie fragt man denn ja stimmt theoretisch könnte man ja allgemein einfach eine unterirdische Bahn bauen dass man komplett oben nur noch die die Dingens hat die wie heißen sie genau die die Bahnhöfe hat okay wir machen das jetzt folgendermaßen ich check kurz wie viele ich wirklich habe hier ich muss dringend meine Tabelle hier so ein bisschen so ich habe jetzt eins zwei drei vier fünf sechs sieben acht tierisch das heißt vier vier ich wollte vier grad sagen vier wir machen das folgendermaßen ich suche mir jetzt hier ich habe noch gerade hier so runde Shapes genau so hier kommt einer äh eins zwei drei oh mein Gott ich bin so schlecht im Plan hier ist noch gut ähm gehen wir mal noch einen kleinen hin da kommt ein Eingang hin das heißt ich kann da auch noch einen hinsetzen sehr gut und hier es fehlt hier trotzdem noch einer äh die vier in der Mitte will ich eigentlich schon gerne lassen auch wenn das ein bisschen schwierig ist mit dem wieso macht das so dann macht das so dunkler irgendwie ne so als würde das so einen Schatten ziehen vielleicht die in der Mitte einfach noch einen hin stell dir vor du siehst einfach so einen Plan irgendwo im Zoo das ist ein Traum wir bauen für sie richtig gut der Firma kann man vertrauen dann würde ich sagen okay wir haben eins Madagaskar war auch südlich ne hm Sub-Syron Afrika dann einfach mal nicht süd und süd kommt ihr noch da hin sechs, sieben ächter unten noch das ist kein Problem ich bin ganz entspannt gar kein Problem okay okay ich brauche einfach einen Plan nicht ich kann nicht ohne bin sonst verloren scheiße gut gar kein Problem ich kriege das hin wir kriegen das hin wir schauen was okay ich habe jetzt grob das Ding hier wie wollte ich denn den Weg machen äh ich mache einen Weg hier drüber und einen Weg hier lang das wäre eigentlich schon ganz gut ne wenn man hier relativ viel von den wenn man Gärzellen mitkriegt aber das passt weil ich muss jetzt mit den irgendwie da hochkommen das irgendwie so eine Holzbrücke wäre glaube ich ganz gut weit irgendwie so sechs ich glaube unter sechs sollte ich gar nicht gehen Mama das ist sieben was habe ich denn nochmal hoch scheiße verdammt option Hilfe wie sicher bist du dir das war es nicht okay 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 viel wo tut es mir dann Sinn aber das ist vielleicht Mausrad war das vielleicht das Mausrad nein das war es nicht weil ich was darf ich mich nehmen vor allem auf keinen Fall das auf keinen Fall Rehling unenovated, das auf jeden Fall. Das wäre mir wichtig. Weil das sieht scheiße aus, wenn das keiner Rehling hat da. Oh, ein Jots. Keine Ahnung, was das ist. Yes! Nice. Das gibt's doch noch mal ein bisschen höher, oder nicht? Aha. Ich würde hier sagen, machen wir so, dass wir quer rüberkommen. Oder wir machen ein bisschen ne, so ein bisschen einen Schwung da rein. Ich glaube, zwei sollten reichen, ne? So, okay. Dann länge ich wieder runter. Gibt's nicht irgendwie... Ne, das war die Breite. Wie krieg ich das wieder klein? Schön, dass das ein Plus... Ah, damit. Nice. Ich muss dringend die Shortcuts lernen, weil das dauert sonst ewig, wenn ich das alles immer klicke. Ähm... Bum, bum, bum... Engel, snap, da. Leer. Leer? Können wir da irgendwas anderes nehmen? Pi vielleicht? Weil Pi hatte ich eben kurz vorher gewechselt, weil das Start-Stop... bin ich ein bisschen nervig immer da drauf. So. Okay. Okay. So. Und hier gehen wir wieder runter. Längs. Ah, ne, das ist schon wieder der falsche Pfad, ne? Der war das, glaube ich. Wobei, ich glaube, ich hatte den hier ohne... ohne Gras. Er macht trotzdem Gras. Ne, macht er nicht. Sehr gut. Okay. Dann versuche ich, glaube ich... Versuche ich das? Hammer und ich, wir sind noch nicht so richtig... Haben noch nicht so richtig zusammengefunden bisher. Ähm... Treffen wir uns denn da hinten. Das heißt, der geht einfach gerade so ein bisschen... Geht einfach so ein bisschen. So schwierig, den zu sehen da, ne? Genau, der ist hier vorne. Das heißt, ich komme hier so... Vielleicht machen wir das auch einfach so ein bisschen... Ich brauche größer und... Ich brauche länger und Fahrt. Das sieht kacke aus, wenn ich das alles so einzeln mache. So. Äh... Ja, das ist, glaube ich, ganz gut. Wie, der hängt. Wieso hängt der? Das finde ich aber nicht gut. Ich habe eigentlich... Ich habe eigentlich ganz aus... Können Steve noch ausmachen? In der Hoffnung, dass nichts stirbt und es nicht neu aufmachen muss. Könnte... Okay, ich mache mal gerade ein... Boah, ich weiß ja, welche Tiere ich brauche. Da mache ich zumindest gerade noch meinen... Ähm... Ich habe meinen Browser noch ausgemacht. Sicherheitshalber. Sonst... Wüsste ich nicht. Sagt mir auf jeden Fall, ich habe Drop Trains. Aber ich wüsste nicht, wie ich das jetzt ändern soll. Weil ich kann halt nicht viel machen. Ich hoffe, das ist halt nicht mein... Ähm... Mein Internet oder so. Wobei, er ist jetzt wieder auf dem Grün. Vielleicht läuft es ja jetzt besser. Ich hatte gerade die letzten... Ich sage mal, zwei Tage oder so. Jeden Morgen immer... Oder auch Vormittag, glaube ich. Äh... Internetprobleme. Das ist... Nicht schön. Okay. Hm. Ich hoffe, das reicht dir, wenn ich das hier so reinmache. Ziemlich breit, ne? Also für den... Für den Bräuchte ist das eigentlich nicht so dringend so groß. Ich glaube, es ist besser. Erzählt zumindest keine... Keine Frames mehr. Was gut ist. Ähm... Hm. Ist die Frage, wie machen wir das? Machen wir das so zum... Zum Dingschen, ne? Das wäre eigentlich ganz cool. Dass es quasi... Ups. So ist. Und hier dann quasi so ein... So ein kleines Gebiet für die, aber auch... Abgeschirmt. Mit... Dreck. Wie sich das gehört. Moment. Nice. Perfekt. Vielleicht war es wirklich der Browser, dass er irgendwie Probleme gemacht hat. Who knows? Ähm... Das einzig Blöde ist ja... Da jetzt irgendwie... Eine passende Wand zu finden, ne? Sieht... Sieht...